Um herauszufinden, welche für Sie relevanten Vorlesungen und Seminare die Universität Düsseldorf dieses oder kommendes Semester anbietet, sollten Sie einen Blick ins Vorlesungsverzeichnis werfen. Sie finden es auf hhu.de, Studium, Studienorganisation, Vorlesungsverzeichnis. Alternativ erreichen Sie es auch über lsf.hhu.de. Sie können auch ohne sich einzuloggen nach Vorlesungen suchen. Wählen Sie oben rechts das entsprechende Semester, dessen Vorlesungen Sie angezeigt bekommen wollen, gehen Sie dann, falls nicht schon ausgewählt, auf Veranstaltungen und auf Veranstaltungsverzeichnis. Wählen Sie Ihre Fakultät, Ihr Fach oder Institut und dann eine Veranstaltung. Hier sehen Sie, wann und wo diese stattfindet, wer sie leitet und vieles mehr. Als Gasthörerin brauchen Sie sich nicht anzumelden, wenn Sie eine Vorlesung besuchen wollen. Bei einem Seminar hingegen sollten Sie dem oder der Dozentin per E-Mail Bescheid geben, dass Sie teilnehmen möchten. Bevor Sie die Veranstaltungen besuchen, sollten Sie an der HHU Düsseldorf als Gasthörerin eingeschrieben sein. Wie das geht, erklären wir auf hhu.de Gast.